Ich habe Kindersicherungen angebracht mit Heißkleber, mit Heißkleber, ich habe ein doppelseitiges Isolierband benutzt, nach innen und nach außen isoliert. Mein Sohn, wir werden die heilige Inquisition anrufen müssen. Ich habe eine Lüsterklemme verwendet, ich habe eine Lüsterklemme verwendet, in den Staub. Lachet einen Isolationstest. Die Morte von hier sind beste, die wir haben gehört. Aber wie hast du uns, wie hast du uns geweint, so Leute, du weißt, dass es Zeit war, das ist Verlucht. Es ist nicht... Er straft mich nicht zu hart. Du wirst 10x 96 Telefonkabel verlöten, wieder auftrennen und wieder verlöten, eine Ringleitung herstellen und wieder auftrennen. 500 DA, Prüfblume! Du wirst 10x vergessen, den Schwumpflauch vorher aufzustecken. Das ist zu hart! Und du wirst die Lötverbindung mit Streichhölzern herstellen. Und jetzt, ich habe extra 10 Funken MacGalber gesehen! Die Neuen oder die Alten? Damit sei dir vergeben. Und fange du ab Nachte. Und bete 10 Finger unser. Finger unser in Hör. Verschweißen, wenn du deine Arme! Dein Strom komme! Ähm, ja, Amen! Und nun, ich gehe deines Weges und begründe das Wort des Kapellenbuchs in der Ecke. Amen! Und nun, ich gehe den Nachte.